Geil, das ist noch mal angeschlossen. Nicht? Ha! 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 Und Opfer. Eine neue Folge. Was ist denn, Lecker? Lecker. O0o0h, lecker, 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 lecker 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 lecker, 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 lecker die Klinger, wo gehen wir hin? Wir gehen was putern, diese waren wir schon öfters Ziemlich lecker Los Lade Wyllones Wohlzartiges Lobo Der Wagen ist sehr laut, aber wir sind jetzt auf dem Weg, um Carlos zu finden von der zweiten Location. Das läuft super. Wir sind auch vier Stunden zu spät. Stimmt's. Hallo. Wir suchen Carlos. 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 A las 9 de la noche. Also Problem ist, wir waren wieder hier an der Location. Keiner ist da. Das heißt, wir sollen wann wiederkommen? Äh, heute Abend um 9. Das ist wirklich ein Drama mit Carlos. Das ist wirklich ein Drama mit. 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 Hallo. Englisch? Nein. Wir wollen sehen... Flamingos. 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 Komm schon. Okay, wir gehen. Da hinten. Da hinten sind Flamingos. Da, 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 da. Wir dürfen leider nicht vom Boot runter, weil sonst, äh, kommt der gute Bootfahrer ins Gefängnis, sagt der, und, äh, kann sein Boot auch vergessen. Auch gerade, weil hier andere Leute sind. Aber, es gibt die Möglichkeit, an diesem Ort zu Fuß zu kommen. Und das machen wir einfach mal in Italien. Die haben den Scheiß wieder weggetunt. Hä? Die haben wieder getunt. Die haben wieder getunt. Die haben wieder getunt. Hier, hier, hier. In der Welt. 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 Komm schon. Ja, 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 ja! Okay, Pingang hat geschummelt, darum leider... Okay, thank you! Carlos war wieder nicht da. Es ist wirklich ein Drama hier. 9 Uhr, wir sind pünktlich wie die Maurer und kein Carlos geschlossen war vor uns. Wir kommen in einer Stunde nochmal wieder. Du kannst auch die Kamera sonst da hinstellen. Und dann? Und dann sehen wir, was so die Zeit bringt. Ich hab Geld in meiner Tasche. Was? Ich hab Geld in meiner Tasche. Und ich hab eine Kamera in der Hand. Regan denkt, der wäre witzig und könnte mich in den Pool schmeißen. Aber ich habe Kamera in der Hand. Oh! Komm mal, fang! Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Nicht! Nicht! Ey, wir haben endlich Carlos gefunden. Ja, nicht wirklich Carlos. Ach nee, es war gar nicht Carlos. Aber wir haben den Typen gefunden, der diese Veranstaltung in dieser Location... Also Carlos haben wir immer noch nicht gefunden. Aber wir haben seine Frau gefunden. Wir haben sie gesehen. Gesehen. Und wir haben den Typen gefunden, der verantwortlich für die Veranstaltung in der Location ist. Also der ist viel wichtiger als Carlos. Extrem netter Typ. Die war richtig angetan von uns. Und ja, wir machen das da jetzt. Endlich. Es ist eine geile Location. Wir haben das gemacht, wer squad macht den Betrieb. Du hast uns bestreitet! Du hast uns bestreit gesagt alles, das ist toll. aber danach hast du keine haare mehr das ist halt das ding